Die nächste Landtagswahl in Bayern wird am 14. Oktober 2018 stattfinden. Dieses Datum wurde bereits am 9. Januar 2018 vorgeschlagen und am 20. Februar 2018 von der Landesregierung offiziell festgesetzt. Zum Wahlkreis Oberfranken gehört auch der Stimmkreis Bayreuth. Zum Stimmkreis gehört die Kreisfreistadt Bayreuth sowie die Gemeinden Ahorntal, Bindlach, Eckersdorf, Goldkronach, Heinersreuth, Begnitz, Bortenstein, Speichersdorf, Weischenfeld und Warmensteinach. Ebenso zählen dazu Verwaltungsgemeinschaften Betzenstein, Betzenstein, Plech, Kreußen, Kreußen, Haag, Brewitz, Schnabelweit, Heufeld, Aufses, Heufeld, Plankenfels, Mistelbach, Gesäß, Hummeltal, Mistelbach, Mistelgau, Glashütten, Mistelgau und Weidenberg, Emptmannsberg, Kirchenpingarten, Seibotenreuth, Weidenberg. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2013 sicherte sich Gudrun Brendel Fischer, CSU, die Erststimmenmehrheit.